Ah! Entschuldigung, hallo! Äh, Taxi? Ja, ja, rein. Wohin diese Fahrt? Ähm, Mexiko. Ist die Straße? Und du hast Kinder und was ist mit dir? Äh, nein, ich bin 17. Hast du Kinder? Ich hab Kinder, drei, drei. Und wie alt bist du? Ich bin auch 17. Ach so. Ja, ja. Richard, eine Frage. Ja. Können wir kurz im Drive in, ich hab Lust auf einen Joko-Brownie. Aber ich muss in fünf Minuten zu Hause sein. Boah, ich bin super schnell wie Lewis Hamilton, ich schaff das. Okay, vielleicht ein bisschen spät, weil wir im Stau sind. Ich hab gesagt, fünf Minuten. Ja, ja, ich schaff das. Warte, ich fahr schnell. 70 Euro. Aber wir fahren seit zwei Minuten erst. Ich weiß, Preis ist erhöht, weil Sonne kommt in mein Gesicht. Kann ich auch was von McDonalds haben? Nein. Aber es ist mein Geld. Ich kauf das nicht mit deinem Geld. Mit welchem Geld sonst? Kindergeld. Ich seh nicht, kannst du mir sagen, wenn grün wird? Du bist der Autofahrer hier. Ich hab aber gerade mein Auge zu. Ich auch. Boah, jetzt fangt an mit Regen. Gehen wir jetzt ehrlich zum McDrive? Hallo. Grüß Gott, der Bestellung bitte. Bitte ein McSunday Schoko-Brownie. Ja. Fertig. Danke. Danke. Riese, vier Euro. Plus. Du hast gesagt, du zahlst nicht von meinem Geld. Ah. Hallo, mein Chicken. Ich bin nach Hause gefahren. Unabsichtlich. Würdest du mich zu mir nach Hause fahren müssen? Ja, warte. Geh kurz. Ich brauche nur eine Ast. Eine Ast. Schnell holst du. Eine Ast bitte für diese Putzen hier. Bitte schnell, schnell. Bitte mach schnell. Warte, warte, warte. 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 Warte.